Wann stabilisiert sich unser Sommerwetter? Diese Frage beschäftigt viele und sie ist auch berechtigt, auch wenn wechselhaftes Wetter zu unserem mitteleuropäischen Sommer durchaus dazugehört. Aber das hatten wir jetzt ja auch sehr viel in letzter Zeit, denn der Jetstream verläuft relativ weit südlich über Europa und daran orientieren sich auch die Zugbahnen der Tiefdruckgebiete. Dementsprechend geht es auch in den nächsten Tagen eher nass zu, auch wenn es zwischendurch immer mal wieder auch einen trockenen Tag gibt. Aber insgesamt sind da doch schon recht viele Niederschläge mit dabei. Richtig stabiles Sommerwetter finden wir derzeit nur am Mittelmeer. Und jetzt schauen wir mal auf die Mitte der nächsten Woche. Da verschiebt sich nämlich wahrscheinlich ein Ableger des Azorenhochs in Richtung Mitteleuropa. Dann wird es tatsächlich phasenweise mal ein bisschen stabiler bei uns, auch mit warmer Luft. Nur der äußerste Norden würde noch im Zustrom der etwas kühleren Atlantikluft bleiben. Aber dann passiert eben Folgendes. Dieser Ableger wandert weiter in Richtung Osteuropa in der Woche danach. Und dann ist zwischenzeitlich auch wieder der Weg frei für neue Tiefdruckgebiete, wechselhaftes Wetter und auch erneut etwas kühlere Luft. Was heißt das jetzt im Einzelnen für unser Wetter? Wir schauen mal auf das Beispiel München. Da sehen wir, es geht sehr schnell runter, rauf und wieder runter mit den Temperaturen zwischenzeitlich. Also sommerlich warm, dann wieder kühler. Und da sind eben auch immer mal wieder stärkere Niederschläge möglich in nächster Zeit. Für Hamburg sieht es ganz ähnlich aus. Nicht ganz so starke Niederschläge. Vielleicht auch von den Temperaturen her. Nicht ganz so warm die Tage, aber dann insgesamt dann doch eher wechselhaft. Das Fazit. Der Zickzack-Sommer geht erstmal weiter. Es gibt größere Temperaturschwankungen, aber kurze und stabile Hochdruckphasen sind durchaus möglich. Die werden in nächster Zeit eventuell auch ein bisschen länger. Insgesamt bleibt das Wetter aber anfällig für Schauer und Gewitter. Eine durchgreifende Stabilisierung ist erst einmal Ende Juli nicht in Sicht. Dasanne Juli nicht in Sicht. Das sind frei.